So, dann wollen wir da hin. Ist ja nicht so weit. Kotzenmeister. Kannst mal da noch Kotze stecken lassen. Gucken wir mal was da auftaucht. Das ist der letzte oder was? So, dann wollen wir da auch noch mal Kotzen. So. So. Besuch den Bauernhof von Gaudet. Abschluss, rette Patrouillen. Geh zur Wegschreine. Ist ja ok. Wir sollen uns hier mal umschauen. Nehmen wir da. Mach ich mal in der. Nehmen wir ein Schild. So. 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 Kotze mal. So. Nehmen wir mal mit. Bauernhof der Familie Gaudet. Schauen wir uns hier mal um. Geschichte. Neues Buch entdeckt. Die. Äh. Tarnmutter hat mir nicht geglaubt. Sie sagte. So etwas wie Dorn bewachsene Zombies gibt es nicht. Nun, wenn die Zombies jeden auf dem Hof auffressen, dann wird sie mir schon glauben. Okay. Lelelelele. Sollen wir eine Truhe? Rezept. Wandschrank. Kommode. Kann ich aber nichts lesen oder so, ne? Pen und so kann ich auch nicht. Äh. Inventar. Nein. Doch Inventar. Materialien. Ist das nicht hier? Äh. Vorräte. Rezept. So. Sag Fisch. Zitronen. Was können sie behaupten? Was haben wir hier? Fisch. Ciao. Ja. Ich dachte hier haben wir irgendwas. Wenn wir uns hier schon umsehen sollen. Aber. Gucken wir mal weiter. So. 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 Ich find's. Wird's. Wird's. Äh. Wie es aussieht. Das ist auch alles schon ein bisschen weiter entfernt, aber egal. Wir gehen mal näher dran. Wenn das ganze geschehen Danke fürs Gold. Wir sollen hier rüber, aber da hoch. So. Nun, 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 nun. Könne ich mich hier irgendwie so ein bisschen... Ne, schade. Wie kommt er denn jetzt hier hoch? der Jagd nicht ab da und er kommt voll easy-beasy hier hoch oder was? bisschen Zombie so stirb und fertig ne 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 nehmen wir jetzt mal mit kann man verscherbeln oder so nein fast gestorben der war knapp so gehen wir mal weiter gucken was wir da so finden hallo ich bin's Günther hallo schöne Karas hier ist auch jemand hier ok das können wir nicht machen so ist alles so um die Ecke so rum gehen wir mal da hin jemand ist hier hinterm Zaun richtig ach netto nicht davor so gehen wir mal da hin es muss einen Weg geben diesen Kampf zu gewinnen es muss einfach einen geben Winze zuerst zuerst haben wir Kamlorn verloren dann haben sie unsere Offensive abgewehrt wenn wir dieses Lager nicht zurückerobern können hat Foulchu uns geschlagen alles andere ist unwichtig bis das hier erledigt ist ok dann kann ich bei der Rückeroberung des Lagers helfen wenn ihr kämpfen könnt und den Unterschied zwischen dem Kopf eines Bretonen und dem Arsch eines Wehrwolfs kennt können wir eure Hilfe gebrauchen wir müssen uns eine Schneise durch die Wehrwölfe schlagen und uns mit unseren Truppen auf der anderen Seite des Lagers verbünden ich kann das machen gut helft Scharzer eine Schneise zu schlagen und kämpft euch zu General Mandin am Westhor durch wir werden die Truppen dort sammeln und das Blatt zu unseren Gunsten wenden zumindest für eine kurze Weile auf mich könnt ihr zählen so wir sollen hier rein machen wir das doch mal mal Zeit ich werde hier nicht herumstehen und zusehen wie unsere Leute sterben bringt General Gutier dazu den Befehl zu geben meine Axt dürstet nach Wehrwolf Blut äh der Befehl wurde erteilt gehen wir zurück ins Lager ah ihr silberzüngiger Teufel das höre ich gerne lebt wohl haben wir hier nichts besonderes das höre ich gerne haltet durch Löwengarde komm her jetzt machen wir es ganz normal so und das ist ein so ich muss was was passiert hat als ob es was passiert hat welches was passiert hat die schnippe so alle hier platt machen wir uns größer gefützt so verschwinde hier nicht so haben wir noch ein bisschen platz in dem winter natürliches wasser verbrauchsgüter ich schmeiß die weg so jetzt nehme ich mal mit die lasse ich da mal fangen wir natürlich unsere Cheffe so so Fertig? Rindfleisch, Brot und so, das lasse ich mal alles für euch, damit ihr Penner auch was zu essen habt. Was ist denn da? Die laufen einfach mal weiter. Ich hatte gar keine Chance hier, mit der ich komme und schon dauern. Ich will mich mal halbisch. Okay, soll ich jetzt hier rein oder was? Oder da hoch? Da hoch oder was? Wo soll ich denn hin? Achso, da oben. Oder? Das sehe ich hier nicht. Meine Tapferkeit ist entschwunden. Möder. Anspruchsvoller Langfinger. Ihr seid nun berüchtigt. Sprich, wir werden gejagt. Gut. Der war super. Okay. So. Mal Zeit. Zum Gruße. Zum Gruße, mein Freund. So, was geht ab? General Coutiers Truppen sind direkt hinter mir. Ich habe einen Weg für sie freigemacht. Gautier hat das Lager zurückerobert? Ihr müsst einen bemerkenswerten Vorstoß angeführt haben. Sagt ihm, dass ich eine fast vollständige Kompanie von Soldaten hier habe und dass wir kampfbereit sind. Lebt wohl, mach ich. Warum soll ich nicht da unten lang, sondern hier lang? Naja, können wir uns hier mal eben umgucken. Neues Buch. Nehmen wir natürlich mit einem Schild. Bildhänder. Schuhe und so. Rüstung. Aber anscheinend nichts Besonderes. Okay, okay. Verfällt mit der Zeit. Das ist doch nochmal super, wenn das mal irgendwann verfällt. Dann vielleicht auch irgendwann mal einfach nur in Ruhe gelassen. So, soll ich außenrum wieder zurücklaufen? Super. Mach ich auch immer. Ich kipfe mich irgendwo durch und wenn ich durch bin, gehe ich einfach mal außenrum und hau wieder ab. Jo, also so. Wollen wir mal. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ich denke mal, ich soll da hoch. Schöner Wasserfall. Was denn da ist ein Feind, ne? Ah ja. Jo, jo. Hier ist kein Steinkimmer. Ich kenne hier so hoch. Yeah, yeah, yeah. Da, Killer, oder was? So, da oben. Das ist ein Ghost. Westmüh entdeckt. Ein Ghostwriter. Okay. Was bereut ihr? Hinter mir liegt Westmüh. Oder das, was von diesem Ort noch übrig ist. Es war mein Zuhause. Bis zum Tag, an dem die Nord angriffen und der Fluch über uns fiel. Ah, was ist geschehen?